Über 7500 Fans haben sich mittlerweile eine Dauerkarte für die Heimspiele des amtierenden Meisters gekauft. Das ist ein einsamer Rekord in der deutschen Eishockey-Liga und er hat selbst die Verantwortlichen der Adler überrascht. Apropos Überraschung, eine solche erlebte Anfang der Woche ein Besitzer eines solchen Saisontickets. Denn, und das hat mittlerweile Tradition, die Interversicherung sorgt dafür, dass dieser Fan seine Dauerkarte umsonst bekommt. Der Überbringer der frohen Kunde war Stürmer Christoph Ullmann. Jetzt haben wir mal einen raus, würden wir in der Kabine sagen. Weiß ich natürlich auswendig, die Nummer. Hallo? Guten Tag, Herr Harald Dab. Bin ich da richtig verbunden? Ja. Hier ist der Christoph Ullmann von den Adlern. Hey, hallo. Guten Abend, es freut mich, dass ich Sie erreiche. Ja, unfassbar, wo kommst du meine Nummer her? Boah, das ist eine wahnsinns Nummer. Jetzt pass mal auf, wir haben hier eine Riesenaktion heute. Und zwar würde ich dir gerne deine Dauerkarte schenken. Das nehme ich gerne an. Das nimmst du an und zwar ist es eine Aktion von der Interversicherung und die verschenkt dir jedes Jahr. Und dieses Jahr bist du der glückliche Gewinner. Du bist auch direkt die erste Nummer, die ich gewählt habe. Und ja, da hatten wir jetzt gehofft, dass du direkt dran gehst und dass wir dich damit überraschen können. Und ausgerechnet mein Lieblingsspieler rufen mich an. Fassend. Das hast du jetzt toll gesagt. Ehrlich? Ja, das ist unfassbar. Das ist klasse. Ich habe denen hier bei den Adlern mal meine Kontonummer für die Rückerstattung angegeben. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ja, mein Lieblingsspieler, klar. Ja, da freue ich mich, dass ich dir eine Freude machen konnte. Und du uns dann wahrscheinlich am Freitag wieder gegen Augsburg tatkräftig und lautstark unterstützen wirst. Auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, nochmal herzlichen Glückwunsch. Gleichfalls. Und bis Freitag. Okay, super. Jawohl. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Ciao.